Hey, hallo! Seid ihr das neue Kaffee-Campus-Team? Ja, wir sind sogar getroffen. Servus, wir machen das Kaffee-Campus jetzt. Wir sind die neue Leitung seit diesem Semester. Ich bin Dennis Krüdel. Jonas, gut. Wir studieren Elektrotechnik im vierten Semester. Und wir wollen euch recht herzlich einladen, wieder ans Kaffee-Campus zu kommen, um dem Studierendenleben hier am Campus Göppingen wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Genau, Kaffee-Campus, für diejenigen, die es nicht kennen, ist hier im Gebäude 3 über dem Rennstall. Hier könnt ihr Kaffee trinken, es gibt auch Spezi oder Fanta und Bier. Natürlich nur nach Vorlesungsschluss. Gell, Dennis? Ja, natürlich. Und ja, wir haben Billiards, Darts, Tischkicker und Sofas zum Chillen oder auch Tische zum Lernen. Und was gibt's noch zu sagen? Ihr könnt hier aber auch essen. Wir bieten Pizzas an. Natürlich nur echt aus dem Steinofen. Ihr könnt aber auch euer eigenes Essen mitbringen. Wir haben Mikrowellen, dass ihr euer Essen aufwärmen könnt. Wir bieten euch den Platz, das hier zu essen unter den gegebenen Corona-Auflagen. Genau, wichtig ist noch für diejenigen, die an Sozialpunkten Interesse haben, ihr könnt mal, ihr können Studierende Sozialpunkte verdienen. Ihr könnt euch für Schichten eintragen und pro Schicht kann man einen Sozialpunkt verdienen. Also über Semester dann. Eine Schicht pro Woche gibt dann 20 Sozialpunkte. Ja, genau. Aber ihr dürft es nicht, ihr müsst es nicht sehen als Arbeit, sondern ihr müsst es sehen als Investition in das Leben hier am Campus. Damit wir die ganze Corona-Sache mal hinter uns lassen können und wieder ein bisschen Schwung ins studentische Leben kommen. Guter Mann. Und die Putzschicht einfach und Dennis manchmal putzen wir, wenn ich ganz sauber bin. Und es gibt Kaffee am Sonntag.